Ja Leute, wir sind heute wieder im Thema Top 3 Zuschauerwerkzeuge und damit willkommen zu dem BAUFUM24 Werkzeugnews Ausgabe 121. Neben mir der begehrenswerte, berühmte und berüchtigte Max Leser an meiner Seite. War das eine geile Anmod? Auf jeden Fall. Ja Leute, wir haben mal wieder zahlreiche Einsendungen von euch bekommen, denn wir ermuntern euch ja natürlich nach wie vor, schickt uns eure Top 3 Werkzeuge aus eurer Werkstatt. Ja Leute, und bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Es ist soweit, unsere Systema sind da. Ab sofort im Shop erhältlich. Adresse blenden wir gerade ein und nicht nur die Systeme, sondern natürlich auch das Akkuschrauberquartett. Und das Schöne ist, mit einem Kauf dieser Systeme unterstützt ihr natürlich den Kanal und sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft zahlreiche Werkzeuge unabhängig kaufen können und unabhängig testen können. So sieht's aus. Dann geht's auch direkt los hier, live on stage mit dem Flow. Ich bin heute hier in meiner kleinen Garagenwerkstatt, die sich noch im Aufbau befindet und wollte euch mal meine drei Lieblingstools zeigen. Los geht's. Da wären zum Ersten der Hobel Nummer 4 von Faceful. Habe ich erst seit ein paar Tagen bekommen. Vor ein paar Tagen bekommen habe den ganzen Lack abgekratzt, der überall zu viel war. Musste die Sohle entsprechend plan schleifen, das war ziemlich hässlich. Moment mal, er ist schon so am ablässern oder das Teil? Habe ich hier doch Quality-Tools? Das Messer war stumpf wie ein Brotmesser. Aber jetzt, nach einem Tag Arbeit, sind die Ergebnisse ganz gut geworden. Mein zweites Werkzeug, Lieblingswerkzeug, ist hier der Metabo. SX450 Turbo heißt das Biest, glaube ich. Mit den zwei Schwingkreisen, also mit einmal mit, was hat er, 2,8 und 6,2 Millimeter. Super geiles Teil. Kann man ganz hervorragend feine Arbeiten machen und auch den groben Kram. Kannst du sowas? Ne, dass man die Hubzahl variieren kann, tatsächlich noch nicht. Krass, weil wir haben ja hier zum Beispiel bei Mirka 5 Millimeter Hub und dann gibt's ja auch mit 2,5 Millimeter. Aber das wär's natürlich noch, ne? Wenn du tatsächlich hier quasi so eine Exzenter-Untersetzung oder sowas machst, die du reindrückst. Und hier das dritte, die Bench-Docs. Die Bench-Docs kann man überall drunter legen. Er kommt jetzt von hier drüben gerade. Und damit ist das Ganze echt wackelnd, sicher und rutschsicher. Und ja, sind absolut unverzichtbare kleine Häferchen. Gut, also, mach's weiter so. Schöner Kanal, macht Spaß zu gucken. Bis dahin. Hast du die Katze gesehen? Ich hab die Katze gesehen. Aber ich ahne auch, was das für ein Projekt wird. Epoxy. Ja, ja. Voll. Sonst hast du eher so einen Lufttisch. Ja, genau. Aber hier, die Bench-Docs ist auf jeden Fall immer ein Favorit. Also gerade diese Gummilippe etc. oder diese Gummibeschichtung ist natürlich astrein. Gerade wenn du mit Lack machst oder wenn er zum Beispiel seine Oberfläche jetzt fertig geschliffen hat und dreht dann immer um so, dass er die Unterseite schleifen kann, ist das halt schon immer was Feines. Das ist fast so ein bisschen Moosgummi-artig. Und was man hier sieht, du hast hier quasi wie ein Stativgewinde. Genau, dafür gibt's halt noch Zubehör. Was du dann halt noch da, also entweder so eine Art Verhörung, dann gibt's halt noch um so Spitzen, sodass du dann halt gerade, wenn du Lackarbeiten machst beispielsweise, sodass du nur eine kleine... Diese Spikes. Ja, genau, so eine kleine Auflagefläche hast. Das Thema Bench-Docs und hier auch Erweiterung, Upgrades haben wir euch auch schon mal im Thema smarte Werkzeuge gezeigt. Der Herr Leser zeigt gerade auf die Playlist, die da eingeblendet wird. Und da sind alle smarten Werkzeuge. Da guckt unbedingt noch mal rein. Gerade neu dazugekommene Zuschauer, ne? Die können erst mal ein bisschen... Kannst du aufhören? Weiter geht's mit Stefan. Kennst du Stefan? Stefan! Moin an alle vom Bauforum24. Mein Name ist Stefan und ich wollte euch mal, naja... meine Top-3-Werkzeuge, die kann mich nicht so richtig beschränken, aber... Vorsicht. Also ich kann schon mal sagen, der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja? Also wirklich, ja. Fangen wir mal an. Milwaukee. Mit der FJS-Stichsäge M18 von Milwaukee. Super geiles Teil. Lässt sich super sägen damit. 3.800 Schläge die Minute, also... Hübe. Macht Spaß damit, ja, zu schneiden. Ist auch noch ziemlich neu, ne? Noch nicht so oft gebraucht, wenn er halt noch nicht so alt ist, aber... Ja, dann... Das ist übrigens mein absoluter Favorit. Das ist der 3,25 Zoll Schrauber von Milwaukee. Mit knappen 1600 Newtonmeter Anzugmoment und guten 2000 Newtonmeter Lösemoment. Es gab bis jetzt noch keine Schraube, die ich damit nicht losgekriegt habe. Ja, dann habe ich hier meine Ackersfettpresse. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Aber es ist schon eine Arbeitserleichterung. Wie er lacht. War ja auch genau das Wort im Motto, was alles sagen muss. Arm ist besser als brauchen. Ich weiß auch früher noch, ne? Bei unseren Maschinen mit Fettpresse rumlaufen. Fand ich schon als Kind immer geil. Ja. Und immer diesen Moment, wenn du dann Druck auf... Wenn du merkst, du hast Druck auf den... Also nicht du. Alarm! Alarm! Sondern die Fettpresse. Also früher bei uns am Schlepper und so. Kardanwelle und diese ganzen Gelenke, das hast du ja immer... Gefettet. Gefettet, ja. Und ich habe das im Prinzip auch jedes Wochenende gemacht. Auch wenn es wahrscheinlich nicht notwendig war. Aber wenn du ja zum Beispiel eine Baumaschine hast, so einen Kettenbagger oder so, den du regelmäßig auch abschmieren musst. Gut, die haben ja natürlich auch eine Zentralschmierung oft. Aber trotzdem gibt es ja noch Sachen wie am Laufwerk oder so, denke ich mal. Da ist das natürlich schon cool, ne? Wollte ich halt unbedingt haben, ne? Denn habe ich hier meine Akkuflex, die CAG 125. Auch eine super Akkuflex, ne? 800, 8500 Umdrehungen. Ja, gut, das Nachfolgermodell macht 9000 Umdrehungen. Kostet auch 100 Euro mehr. Und das war mir einfach der Preisunterschied. War mir das nicht wert, die 500 Umdrehungen. Ja, dann kommen wir zum einen CHX M18 mit dem 12 Ampere Akku. Alter, warum hat er denn an dem Ding einen 12 Ampere Akku? Super geiles Teil. Macht richtig Spaß, damit Löcher in die Wand oder dann hin im Fundament oder irgendwo rein zu bohren, ne? Bis zum 26er Bohr, die ich auch schon gebohrt habe. 2,5 Joule, ne? Ich wollte erst den CHPX haben, aber 400 Euro für 4 Joule. Ich meine, das ist ja noch wie ein bisschen. Ja, dachte ich, nee, also ist ja alles immer noch privat, was ich hier mache für mich. Aber so ein kleiner Spargel. Ja, und hier ist meine FH. Ja, auf der einen Seite, gib ihm, hau raus und dann. Ja, da haben wir 100 Euro. Da 100 Euro oder 400 Euro. Ja, komm, das passt schon. Kostet, ein Hand-Säbelsägel von Rokki, auch ein richtig cooles Teil. Das ist eine super Ergänzung und will ich nicht missen, ne? Ist jetzt ein Metallsägelblatt drauf, sägt auch super Metall, kann man auch super KG-Rohre mit sägen. Und Holzsägelblatt habe ich dafür auch. Also, geht durch wie Butter, ne? Ja, macht Spaß, damit zu arbeiten. Naja, dann kommen wir jetzt zu, übrigens meine Handy-Hülle. Aber wenn ich die rum habe, ist mein Handy, meine Kamera zu drück. Ich kann nicht echt scheiß Videos mitmachen. Was soll uns diese Info sagen? Vor allen Dingen, sind wir nicht mittlerweile über drei drüber? Ja, 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 ja. Wie gesagt, der hat sich Mühe gegeben damit, der hat auch ein bisschen übertrieben. Das muss man an der Stelle auch mal erzählen. Also jetzt, nicht, dass Sie die, nicht unbedingt als Vorbild nehmen, weil ich glaube, der Clip dauert sechs Minuten. Weil der hat, ja, der flext schon ein bisschen rum jetzt auch gleich. Also Stefan, das Thema mit dem Zähl, das müssen wir nochmal drüber reden, ne? Weil es heißt ja Top-3-Werkzeuge. Ich glaube, wir müssen hier mal schnell einen Vorlauf machen gerade. Das war's von mir. Und weiter geht's mit Jakob. Hallo und herzlich willkommen, liebes Bauforum24-Team. Ich stelle euch heute meine Lieblingswerkzeuge vor. Mein erstes Lieblingswerkzeug ist die Husqvarna 272 XP. Die ist schon über 20 Jahre alt und läuft immer noch top. Mit einem 50er Schwert zieht wie nix, auch durch Hartholz. Ja, und jetzt zeige ich euch noch meine zweite Werkstatt. Ja, kann mir natürlich nicht entscheiden, wer hier da jetzt am besten ist von den Akkubauern. Ja, ja, pass auf. Schwarzes Stiel? Oder ist das ein Clown? Ne, ne, ist das ein Stiel. Sind alle top. Die Kettensäge, die habe ich ein bisschen getunt. Und ja, also macht weiter so, liebes Bauforum24-Team. Schöne Grüße aus Oberstorf, aus dem Allgäu. War schon richtig cool. Der hat ein cooles Video gemacht, so ne? Auch so der sehr Mitte-Time mit der Trecker-Action war schon cool. Eigentlich noch nie Trecker gefahren. Ne. Auch noch nicht mitgefahren. Echt nicht? Ne. Kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, liebe Zuschauer, falls jemand aus dem schönen Münsterland kommt und sich anbieten möchte, hier mal mit dem Trecker vorbeizukommen, um dem Herrn Leser mal eine Treckerfahrt zu organisieren. Da findet sich bestimmt jemand. Martin. Hallo, liebes Bauforum24-Team. Heute will ich euch mal meine Werkstatt zeigen. Voll smart, aber komm, hey. Das ist nur ein Wandschrank, aber ist schon cool. Aber du kannst nicht reingehen, ne? Ne, ne, das wäre schwierig. Ich habe hier leider nicht so viel Platz in der Wohnung. Und deswegen habe ich nur so einen kleinen Werkzeugschrank, den ich mir auch noch mit dem Staubsauger und dem Toilettenpapier teilen muss. 200 Seiten sind richtig. Ja, aber so habe ich immer alles dabei. Licht habe ich nicht im Schrank, aber dafür... Zack. Jetzt habe ich auch Licht. Auch sehr fischig. Ja, meine drei Top-Werkzeuge sind zum einen hier oben der Kärcher Fensterputzer. Ganz tolles Gerät. Wenn ich die Fenster putzen muss, dann werden die einfach nur mit Spülwasser eingeschäumt und ordentlich mit dem Schwamm abgeschrubbt. Und dann hiermit wird das einfach trocken abgezogen. Ja, und die Fenster sind immer einwandfrei sauber. Kann ich nur empfehlen. Dann mein Top-Werkzeug Nummer zwei ist von Makita die Akku-Handkreissäge. Habe ich mittlerweile schon viel benutzt. Bei einem Kumpel haben wir einen Schuppen aus Holz gebaut. Und ja, das Teil kann ich nur empfehlen. Damit hat das auch alles angefangen. Mit meiner Werkzeug-Leidenschaft hier, sag ich mal. Dass ich angefangen habe, mir so ein paar Sachen zu holen. Hier oben den Wingelschleifer von Bosch. Frei nach dem Motto, haben ist besser als brauchen. Ja, und dann kommen wir zu meinem Top-Werkzeug Nummer eins. Das ist das von Makita. Der Akkuschrauber, äh, der Bohrhammer. Der Makita-Bohrhammer. Den finde ich richtig gut. Ähm, der ist nicht so groß. Der hat gute Leistung. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas bohren musste, einwandfrei. Es macht richtig Spaß, mit dem Gerät zu arbeiten. Ich habe jetzt keine Vergleichswerte zu irgendwelchen anderen. Ich kenne nur den und meinen ganz alten. Und mein ganz alter war richtig Schrott gegen das Teil. Also, richtig, richtig schönes Gerät. Schade, dass er keine Meißelfunktion hat. Ja, naja gut. Da muss man dann mal gucken, wenn ich das mal irgendwann brauche. Und dann kann man sicherlich noch mal was anderes holen. Ansonsten will ich noch mal ein Schrott-Werkzeug noch sagen. Und zwar ist es dieser Koffer von Makita. Also, ich habe das gesehen, wo ich den, ich habe den im Internet bestellt und dachte, geil, da hat man immer alles dabei. Hier unten hat man noch so eine kleine Schublade. Die ist hier. Da passt ein bisschen was rein. Ich frage mich gerade, warum hat der Kollege das nicht mal ausgenommen? Ich mag seine Vorbereitungen. Okay, ich muss eben mal kurz Platz machen. Jetzt macht das eben noch sympathischer alles. Aber viel Platz hat man nicht. Aber Tool-Checker hat er. Das Ding ist einfach nur super groß, super schwer. Also, es sind jetzt zwei Schrauber da drin. Und wie man sieht, da unten ein paar Bohrköpfe. Ja, ein Messer. Das ist Vera Tool-Set. Schick. Und, ja, das war es eigentlich schon. Da passt nichts rein. Es ist super schwer, super ätzend zu tragen. Immer, ja, einfach nervig. Kann ich nicht empfehlen, so einen Scheiß zu kaufen. Das ist das, was man auch im Baumarkt immer bekommt. Aber wenn man sich vorher noch nicht so damit auseinandersetzt, dann weiß man das eben nicht. Ähm, können wir nur bestätigen? Safe. Wir haben nämlich auch gerade so ein paar Werkzeugkoffer gekauft, um euch die demnächst mal zu zeigen. Und das ist genau das Gleiche im Prinzip. Das sieht erstmal für ein Line cool aus. Dann so Plastikkanten, die so aussehen wie Aluminium. Und du denkst, wow, cool. Ähm, ähm. Und, äh, das haben wir ja schon öfter gehabt, dass Makita eigentlich da so ein bisschen für mich nicht nachvollziehbar agiert am Markt. Dass sie im Prinzip, ja, so jetzt nicht so dolle Qualität da irgendwie unter ihrem Label vertreiben. Wo sich so ein bisschen eigentlich, glaube ich, den Namen auch kaputt machen, ne? Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Ja, ansonsten weiter so. Es macht immer Spaß, eure Videos zu gucken. Ja, also, bis denn dann. Tschüss. Aber ich finde seinen Wandschrank cool. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er mit der Zeit, äh, wenn er sagt, er ist jetzt Werkzeug-Fan, dass er auch immer ein bisschen mehr zukommt. Und dann noch mit seiner kleinen French-Glead-Wand, dass die noch erweitert wird, beziehungsweise auch seinen Halter, den er rechts gemacht hat, für die Schraubendreher. Wobei das mit dem Halter für die Schraubendreher sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich hätte mir lieber einen vernünftigen, ordentlichen Werkzeugkoffer gekauft. Ja. Das da rein, dann nimmst du es raus, dann hast du es, wo du es brauchst. Klar. Weil eigentlich macht ja so ein Wandhalter da Sinn, wenn du eine Werkstatt hast, wo du es brauchst, wie hier. Aber er hat ja keine Werkstatt. Für ihn ist ja das die Werkstatt. Nee, nee, genau. Aber deswegen macht das wiederum Sinn. Ja, aber dann nimmst du es da raus, um es dann wo zu benutzen? Irgendwo anders. Oder er macht die Projekte vor dem Wandschrank. Ja, was willst du machen als Städter? Entweder du kannst nur da arbeiten, wo du gerade bist und wo du wohnst. Das hatten wir auch schon mal. Jemand, der auch alles immer in seinem Wohnzimmer beschäftigt. Ja, ja, stimmt. Aber dann denke ich, der macht da vielleicht auch was, was weiß ich, am Fahrrad mal oder am Auto oder vor der Haustür oder was weiß ich. Dann denke ich immer, oder bei Bekannten hat er auch gesagt. Er hat ja schon einen Koffer, dann würde ich mir einen ordentlichen Werkzeugkoffer irgendwie ausstaffieren mit dem, anstatt da so. Seinen Lebenslauf war ja im Prinzip ganz interessant, dass er mit einer Handkreissäge anfängt. Also bei mir war das wirklich so Akkuschrauber, Stichsäge und dann kam schon, glaube ich, eine Handkreissäge. Aber eine Sache habe ich noch zu seinem Fenstersauger von Kircher. Ja, ich habe den auch zu Hause, beziehungsweise wir, und ich bin da nicht so Fan von, du sprichst ja ein und dann ziehst du halt mit dem Fenstersauger ab. Und dann kamen immer Streifen, wenn man es oft ausprobiert. Keine Ahnung, irgendwie fand ich es, ich war sehr gehypt, das Ding zu kaufen, habe es dann auch gekauft, habe mich dann auch gefreut, aber irgendwie das Ergebnis war bei uns jetzt nicht so. Keine Ahnung, vielleicht haben wir was falsch gemacht, aber glaube ich nicht. Ich komme damit gut zurecht. Echt? Ja. Streifen frei? Ja. Und weiter geht es mit Kadir. Hallo, liebes Bauforum-Team. Ja, wir sind auf einer Windkraftanlage, ungefähr auf 150 Meter Höhe. Wie geil, ey. Ich denke es nur die ganze Zeit, erst mal, wo wohnt der? Und ich wollte hier euch mal meine Top 3 Werkzeuge präsentieren. Also, einmal erstens diese Fluggetasche hier, normalerweise für Messgeräte, aber ich packe da mein Werkzeug rein, ich habe drei Stück davon. Einmal diese Ratsche hier, die ist sehr stabil vom Württ, ich weiß jetzt nicht hier, Württ, Württ, Zipra, man hat hier, Moment, 19, 18, 17 und 16, einmal wegen der DIN und wegen der europäischen, äh, internationalen Norm. Dementsprechend braucht man da manchmal 16, manchmal 17, das ist sehr verwirrend, sehr, naja, ist kein Kommentar, aber ist halt einfach dumm. Auf jeden Fall, dann diesen Seitenschneider hier, elektronische Seitenschneider. Für Kabelbinder, ganz normal, funktioniert sehr gut, hält lange. Und als letztes diese Zange hier von Knipex, tip top, damit kann man einiges machen, schlüsselweite 24, ne, schön verstellbar und dann kann man auch gut Kraft drauf geben, ne. Joa, ansonsten, ähm, liebe Grüße von meiner Seite aus, wir sind hier gerade in, äh, ja, Bremer Gebiet, wobei, wir sind genauer gesagt im Bass, äh, den Twistring. Und da ganz hinten, ganz, ganz weit hinten sieht man Bremen, ne. Krass. Alles klar, dann noch einen schönen Tag. Tschüssi, Korski. Hier, das ist ein Panorama, nicht die ganzen Berge da. Das ist mal hier. Wir haben ja schon mal gedreht mit Wolfkran zusammen, äh, über den Bau von Windkraftanlagen mit, äh, einem Turmdrehkran. Mhm. Und da war ich wirklich mehrere Tage immer wieder vor Ort und, äh, wir sind sehr viel Drohne geflogen, allerdings war die Turmhöhe da nicht 150 Meter. Aber die gehen natürlich immer höher und, äh, das war schon krass, wie die Leute da, äh, gehasselt haben von dem Montageteam. Weil da ist wirklich Zeit, ist Geld. Für die Kran oder für die, äh, Windkraftanlage? Alles. Alles. Und, äh, wenn du da oben stehst, dann, äh, ja, musst du auf jeden Fall schwindelfrei sein. Ich wollte auch schon mal Mama hochklettern, aber wir hatten damals mit der Feuerwehr die Gelegenheit, also bei uns in einem Ort, da gibt's halt ein paar Privatleute, die so eine Windkraftanlage betreiben, beziehungsweise besitzen. Aber es hat sich die Gelegenheit nie ergeben, weil das ist schon ganz geil, du kletterst ja innen hoch. Mhm. Es gibt ja keinen Fahrstuhl, ne? Und du kletterst halt innen hoch mit so einer Leiter. Es gibt, glaub ich, welche mit Fahrstuhl sogar. Ja, aber, also das zu mir sieht, wie bei uns in der Ecke war, gab's keine. Und, ähm, ja, aber oben zu stehen, wo da hersteht, ist schon geil. Und dann gibt's ja noch die Experten, die klettern ja noch an den Flügeln hoch, ne? Und reparieren ja dann noch die Flügel jedenfalls. Mhm. Und fliegen das vorher mit Drohnen ab, ist ja voll das spannende Thema. Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, das verdienen auch gar nicht so schlecht, die Monteure. Ne, 12 Euro die Stunde. Ne, glaub ich, für die ist das nicht mehr. Was Karl hier gesagt hat, ist, äh, im Prinzip diese Multischlüssel, die haben wir euch auch schon mal gezeigt, hier als smarte Werkzeuge von, äh, Proxon, zum Beispiel, ähm, im Prinzip ein Ratschenschlüssel, aber mit vier Größen, je nachdem, wie du ihn drehst. Und, ähm, wir haben zum Beispiel auch noch einen von KS Tools, der hat hier noch ein Gelenk, auch eine Ratsche. Und, äh, Größen 10, 13, 17 und 19 jeweils, haben, haben sie beide. Ähm, ich find das ein cooles Teil und für mich gehört das mittlerweile auch in jeden Werkzeugkasten, weil du hast nochmal einen Ratschenschlüssel und du hast einfach nochmal auch vier Größen dabei. Ja, ja. Wie immer verlinken wir auch diese Werkzeuge unten in der Videobeschreibung für euch. Und, ähm, den, ähm, Zangenschlüssel können wir natürlich auch wärmstens empfehlen. Den Seitenschneider, den er hatte, war eigentlich ja ein klassischer Elektronikseitenschneider, den sehe ich eigentlich gar nicht so für so gröbere Arbeiten. Aber er ist natürlich relativ kompakt, ne? Was ich mich gerade gefragt habe, gerade weil wir das Thema auch letztens schon mal in den smarten Werkzeugen hatten, beziehungsweise, ich hatte ja einmal erzählt, dass es so ein System, so ein Sicherungssystem, wenn man vor dem Milwaukee gibt, gibt es ja auch von Knitbacks. Das haben wir dann auch in einer der letzten Folgen gezeigt, der smarten Werkzeug. Und da frage ich mich, ist das nicht auch für ihn so der Anwendungsfall, dass er ist dann mal selber sicher, wenn das 150 Meter runterfällt. Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß ja nicht, ob der auch außen arbeitet oder sogar nur in der Kante, ich habe ja keine Ahnung. Als er eben den Schlüssel da abgelegt hat, dachte ich, oh Gott, wo legst du den Schlüssel hin? Und ich glaube, das ist ja auch so ein klassischer Anwendungsfall. Und das war auch ganz cool, weil er braucht ja, wenn er selber zum Beispiel das hochklettert, ich weiß ja nicht, ob der da ein Fahrstuhl hat, aber du willst ja nicht so viel rummitschleppen. Und deswegen ist es halt ganz cool, dass du halt so smarte Werkzeuge dabei hast, wo halt einfach mehrere Funktionen in einem drin sind, sodass du halt mehrere Aufgabenfelder halt abschließen kannst. Wenn er sagt, dass es halt immer so ein Getrickse mit den ganzen Normen und den Schlüsselweiten, ist das natürlich ideal. Gerade der Zangschüssel und diesen Microspeeder, beziehungsweise den 4 in 1 von Würth. Aber haben es besser als brauchen und deswegen haut der Leser jetzt mal einen raus. Denn kleinster Werkzeugkoffer der Welt kennt ihr schon. Unseren Systema hier in der Special Edition. Mach mal auf, was drin ist. Tada! Genau, ein Rapidaptor und eine kleine Vera-Mini-Ratsche. Damit seid ihr im Prinzip für 99,9% aller auftretenden Eventualitäten in eurem Alter und in eurem Leben gerüstet. Gerüstet. Getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert. Haut mal rein in die Tasten unter dem Hashtag Werkzeug. Euren Favoriten aus diesen Top 3 Zuschauerwerkzeugen, eure Gefühlslage zur Werkzeugwelt und zu uns, zu was auch immer, was ihr uns schon immer sagen wollt. Haut rein! Wir verlosen dann unter allen Kommentaren den schönen Baufum24 Systema mit dem Zubehör. Und wenn ihr das nicht erwarten könnt, dann blenden wir euch gerade mal unseren Shop ein. Und da könnt ihr nämlich nicht nur den Systema kaufen. Ihr könnt auch das geniale, legendäre, berühmte Akkuschrauberquartett bekommen, wenn es noch verfügbar ist. Denn wie ihr wisst, Massen sind schon in Ekstase geraten, um noch eins zu bekommen. Eventuell ist es ja schon ausverkauft, wer weiß es. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt uns treu und bis dann. Oh!